yo servus leute und schon wieder eine steam phishing page also wenn es nicht interessiert könnt gleich wieder wegschalten und ja voraus erstmal ein dank an cunit156 wer mir die seite geschickt hat könnt ihr mal vorbeischauen bei ihm ich werde euch den link in die description stellen und ja nochmal danke und ja das hier wäre die seite 1a auf das domain fällt echt jeder rein oder sich glatt jeder anmelden ok es gibt leider noch solche leute die sich anmelden ja nehmen wir halt mal rum was wird es wohl sein usernames.txt ok mal gucken ob es noch stimmt wie bei vorhergehenden einfach nur hallo und noch mal hallo also schön war und wir kommen direkt zur steam community schön darüber gelegt auch trotzdem lächerlich die page ups moment so jetzt sind wir wieder hier und wir probieren uns wieder und hier steht zweimal hallo ja ich werde euch natürlich den link in die description stellen ja das war's von mir wie gesagt hier von cunit156 auch in die description stellen könnt ihr auch bei schauen mal abonnieren wenn ihr lust habt und ja goodbye und have fun